Sie haben es also geschafft. Das ist der Sieg in der UEFA Europa League. So ein bisschen in einem die Superlative aus. Überragende Leistung. Ja, das ist ein tolles Finale, das sie gespielt haben. Und zu Recht natürlich diese Bilder. Immer wieder schöne Bilder. Unglaublicher Jubel. Perfekt eingestellt vom Trainer. Und das ist jetzt eben die Belohnung. Und ich denke, da kann ich für uns beide sprechen. Da können wir nur gratulieren. Das war eine Herausforderung. Herrlich. Herrlich, herrlich. So, Freunde. Was fehlt uns noch? Was fehlt uns noch? Das Wichtigste, wenn es um eine Preisverleihung geht. Es geht um den Pott. Es geht um den Pokal. Und man sieht die Vorfreude den Spielern ins Gesicht geschrieben. Ja, guck mal. Wir können es gar nicht mehr abwarten. Gib uns endlich das Ding. So kann man das interpretieren. Her damit! Wahnsinn. Das ist ja außerhalb. Ja, UEFA Europa League. Was für ein Triumph. Hoch das Ding! Jawoll. Muss raus. Ja, klar. Tut den Verein gut. Tut der Stadt gut. Und es tut den Fans gut, ne? Ja, und tut uns gut. Uns auch. Tut gut. Gratulation. Herzliche Gratulation. So, herrlich. So, jetzt geht's in die Kurve zu den eigenen Fans. Buschi. Ich genieße. Ich genieße einfach, wenn erwachsene Männer sich wie Kleinkinder freuen. Herrlich. Stimmt. Tolle Bilder. Ein tolles Bild jetzt hier. Ich glaube, an diese Mannschaft werden wir uns noch lange erinnern. Ja, das ist ein sensationelles Team. Ohne Schwächen. Einfach klasse zusammengestellt. Auf den Punkt topfit. Und auch taktisch. Immer wieder überragend. Überragend.